Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Das war natürlich eine schöne Einleitung. Ich weiß nicht mehr genau, welche Prognose ich abgegeben habe, denn man braucht eigentlich keine große Prognose abgeben, weil es handelt sich dabei um mathematische Hochrechnungen, die logisch ableitbar sind und für jeden verständlich. Das sind Prognose, klingt so ein bisschen nach Kaffeesatzlesen, ob eine Aktie steigt oder fällt. Und bei uns handelt es sich dabei weniger, ich glaube, ich muss das ein bisschen leiser stellen, kann das sein? Hier ist es ein bisschen laut so an der Stelle hier, denn ich mag das nicht, ich habe das gerade gehört, wenn das dann so wahnsinnig übersteuert. Können Sie mich so gut verstehen? Wunderbar. Es geht also letztendlich um eine mathematische Situation, die man erkennen kann und hier gibt es natürlich auch Grundlagen und die möchte ich versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen. Einsteigen möchte ich, weil wir haben ja heute einige heterogenen Personen. Ich weiß, es sind einige Wirtschaftswissenschaftler unter Ihnen und auch einige Diplomkaufleute. Betriebs- und auch Volkswirte. Und die Problematik ist ja, dass hier letztlich die Wirtschaft eben halt sehr, sehr stark unterteilt wird und eigentlich gar nicht mehr ihre Urfunktion, nämlich der Bedürfnisbefriedigung von Menschen im Rahmen des Ressourcenerhaltes. So sollte es mal theoretisch sein. In der Praxis ist es in unserer Zeit nie so gewesen und davor auch schon lange nicht mehr. Und ich möchte genau über diese Ursachen sprechen. Einstimmen möchte ich Sie vielleicht einfach nur mal mit einem kleinen Gedankengang. Waren Sie schon mal in Sao Paulo, in Brasilien oder in Mumbai, in dem ehemaligen Bombay, was man nach den Vergiftungen dann auch Mumbai irgendwann genannt hat? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn Sie sich mal in Slums bewegen. Ich meine richtige Slums. Die, die wir noch vor uns haben, wenn wir nicht aufpassen. Weil das sind auch mathematische Prozesse und keine wilden Prognosen, sondern man braucht eine Mathematik zu verstehen und eins und eins hochrechnen. Dann weiß man, wohin Verteilungssysteme laufen. Und wenn Sie dort stehen und Sie sehen dort die Slums und Sie sehen dort die pure Armut. Menschen, die ums tägliche Überleben kämpfen müssen. Menschen, die wissen, wenn sie ermordet werden, dass die Polizei nicht einmal ermitteln würde, weil es eigentlich gar keinen interessiert, ob ich tot bin oder nicht. Medizinische Versorgung, gut, das kann vielleicht sogar ein Vorteil sein, ist nicht vorhanden. Und Sie stellen auf jeden Fall fest, egal was da jetzt ist, Sie möchten auf gar keinen Fall einer von diesen armen Menschen sein. Auf keinen Fall. Und dann gehen Sie rüber ins Reichenviertel. Die gibt es dort nämlich auch. Da prallt ja Arm und Reich am extremsten aufeinander. Und Sie stellen plötzlich fest, dass die Reichen dort hinter großen Mauern leben, mit spanischem Reiter oben drüber, um Menschen abzuhalten, weil man Angst vor Gefahren hat. Also mit Stacheldraht. Sie sehen private Sicherheitsdienste. Die Kinder werden mit gepanzerten Limousinen zur Schule gebracht, weil man Angst hat vor Entführungen und irgendwelchen anderen Verwerfungen. Und Sie stellen fest, verflucht, einer von den Reichen möchte ich auch nicht sein. Und vielleicht wird an diesem kleinen Beispiel, das ist nicht sehr spektakulär, das ist einfach nur mal ein paar Gedanken, deutlich, dass wir alle nicht aus irgendwelchen emotionalen, ethischen, moralischen oder sonstigen vermeintlich geistigen Gründen aller Waldorfschule im Herzen sind wir alle gut, sondern ganz einfach aus rationalem Denken, aus Egoismus von mir aus uns alle wünschen sollten, dass Wohlstand gleichmäßig verteilt ist. Weil sonst hat niemand was davon. Es ist ganz wichtig, dass wenn man meint, man gehört zu der Gruppe, die vielleicht irgendwann zu den Reichen gehören könnte, sie irgendwann selbst inhaftiert ist in irgendwelchen Edelgefängnissen mit Sicherheitsdiensten und eigentlich auch ihre Lebensqualität verloren hat, weil sie eben halt auch inhaftiert sind. Ich finde das sehr wichtig, weil wir müssen eben halt uns klar machen, dass genau hier ein Grundgedanke erst einmal verstanden werden muss und der braucht nicht aus Ethik und Moral heraus resultieren, sondern aus nackter Überlebensangst und aus nacktem Egoismus und aus rationalem Denken. Ungleichmäßig verteilte Gelder in Arm und Reich führen zu dramatischen Verwerfungen in der Lebensqualität für alle Parteien. Es gibt keine Gewinner, nur Verlierer. Umso wichtiger ist es, wenn wir sehen, dass genau wir uns in diese Richtung von Arm und Reich massiv verziehen, also dass wir wirklich in diesem Bereich massiv drinstecken. Ich muss mal gucken, ich glaube mein Mikro ist hier aus. Kann das sein? Nee, das ist nicht aus. Eins, zwei. Doch, ist an. Können Sie mich gut verstehen oben auch. Also wichtig ist für mich, ich habe auch eine laute Stimme. Also unterm Strich gesehen geht es mir einfach nur darum, dass wir dann natürlich ermitteln müssen, wo liegen die Ursachen für dieses Arm und Reich Spiel. Wir stellen fest, dass Menschen ihr Leben lang hart schuften, egal wie, ihre Gesundheit ruinieren, in Firmen gehen, wo sie gemobbt werden, Tabletten nehmen und trotzdem wieder hingehen, um irgendwie durchzukommen. Eine furchtbare Situation eigentlich. Und trotzdem kommen diese Leute, die ihr Leben lang knüppeln und arbeiten, niemals auf einen grünen Zweig. Dann gibt es Leute, die haben in ihrem Leben nie gearbeitet, waren immer auf der Sonnenseite, waren immer reich. Die nächsten Generationen wären es auch wieder. Und die davor waren es auch schon. Daran erkennt man, dass hier offensichtlich eine Systemproblematik ist, die man hinterfragen sollte. Es geht um eine Systemproblematik, nicht um eine Verurteilung. Denn sowohl derjenige, der in den Slums wohnt, als auch derjenige, der in den reichen Vierteln wohnt, ist vermutlich auch aus der Geschichte heraus in diese Gruppe reingekommen, meistens per Geburt. Hat auch nie gelernt, irgendwelche Dinge zu hinterfragen. Und da wir in einem System sind, wo globale Manipulationen die Regeln sind, ist derjenige, der die Wahrheit sagt, natürlich schon ein Ketzer. Einer, der hinterfragt diese Dinge, wird natürlich automatisch nicht nur zum Systemkritiker, sondern zum Crash-Propheten, zum Schwarzmaler und zu sonst was. Die Ursache all dieser Verwerfungen zwischen Arm und Reich liegen mathematisch begründbar in einem Prozess. Und das ist schon vor vielen, vielen Jahren schon längst erkannt worden. Und dieses Problem ist ein verzinstes Geldsystem. Das verzinste Geldsystem ist ein großes Problem, ist eine große Ursache, nämlich nicht eine, sondern die große Ursache der Umverteilung von Arm auf Reich. Weil wenn jemand Geld verdient ohne Arbeit, muss irgendjemand oder ganz viele arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Denn anders kann es nicht funktionieren. Das heißt, wir haben keinen Prozess, wie wir alle immer gerne sagen, von Arm auf Reich, sondern wir haben einen Prozess von fleißig auf Reich. Weil die Leute, die letztendlich ihr Geld bekommen aus Zinserträge, die arbeiten nicht. Die sind ja arbeitslos. Es gibt ja zwei Gruppen von Arbeitslosen, die armen Arbeitslosen und die reichen Arbeitslosen. Die armen Arbeitslosen, genau wie die reichen Arbeitslosen, müssen von allen denjenigen finanziert werden, die arbeiten. Und das sind die Unternehmen und die Arbeitnehmer. Ich möchte das nicht unterscheiden. Ich rede von Unternehmen, nicht von Kapitalsammelbecken, sprich Konzerne. Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz sind keine Unternehmen. Das sind Kapitalsammelbecken. Wer beispielsweise als ein solcher Betrieb einen Vorstand sich hält und der goldene Löffel klaut, dann kriegt er ein paar Millionen Abfindungen und lebt auf den Malediven. Und dann war es das. Wenn ein Mittelständler ein Problem hat, nur in seiner Finanzkalkulation, dann wird ihm der Garaus gemacht und der sitzt auf einer Rathaustreppe und trinkt irgendein Billigbier aus der Büchse, weil er dann nämlich durch ist mit seinem Leben und macht eine private Insolvenz. Also wir sehen, hier gibt es unglaubliche Verwerfungen und ich möchte versuchen, diese Ursachen darzustellen. Wir stellen gerade in dieser momentan bewegten Zeit fest, Ich habe Ihnen einige Folien mitgebracht, aber nicht so viele wie sonst. Ich möchte Ihnen gerne mehr erzählen, weil die Eindrücke sich momentan in eine Richtung entwickeln, die eigentlich nicht mehr groß noch zu kommentieren und auch mathematisch zu beweisen sind. Denn wenn Sie einen ordentlichen Bauch haben, dann spüren Sie das von ganz alleine. Dann erkläre ich Ihnen vielleicht aus meiner Sicht nur noch mal mein Weltbild und Sie werden vielleicht feststellen an der einen oder anderen Seite, ich habe so das Gefühl, das stimmt, was er sagt. Glauben Sie mir es nicht. Versuchen Sie in Ihren eigenen Bauch zu hören und kommen Sie auch zu anderen Schlüssen. Das ist gar nicht die Entscheidung. Aber die Ursache ist interessant. Die mache ich am verzinsten Geldsystem fest. Ich mache das. Und es gibt einige Leute, die sagen, nein, das ist ja gar nicht wahr und da gibt es auch schon viele andere, aber ich möchte auch nachher darauf eingehen, noch ganz kurz. Spannenderweise ist diese Thematik in allen gesellschafts- und politischen Strukturen niemals als Thema aufgegriffen worden und diskutiert worden. Oder hören Sie irgendeinen, der davon spricht? Niemandem. Nicht in den Mainstream-Medien. In den Verschwörerseiten wie Wissensmanufaktur oder solche Sachen, wie man dann gerne so sagt. Wir sind ja nun wirklich noch eine der ganz seriösen Seiten. Bloß wir verstoßen natürlich dann gegen ganz bestimmte Manifeste. Und das tut weh. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass das verzinste Geldsystem in Armen einer Demokratie vielleicht einfach mal diskutiert werden müsste? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass ein Herr Gabriel oder ein Herr Trittin oder eine Frau Merkel oder wer auch immer, die mächtigste Frau in Deutschland ist ja Frau Ackermann, möchte ich mal sagen. Und nicht Frau Merkel. Und ich möchte einfach nur sagen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die wirklich darüber offen in irgendeiner Form diskutieren? Nein. Man diskutiert nicht drüber. Egal, ob es sich um sozialistische Systeme handelt, wer sich mit Karl Marx beschäftigt hat, wird feststellen, er hat die Arbeiter- und Arbeitgeberklasse auseinanderdividiert, gesplittet. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass auch er Spieler des Systems war. Und zwar derselbe Spieler wie heute auch ein Obama, der genau dasselbe macht. Oder ein Gewerkschaftsboss oder was auch immer. Und ich will hier nicht Leute angreifen, sondern sie sind alle Funktionäre und stehen natürlich unter Drücken und müssen sich irgendwie alle finanzieren, weil das ist ihr Problem. Sowohl der Sozialismus als auch der Kommunismus als auch der Nationalsozialismus, der Kapitalismus sowieso, und auch die Demokratie haben das Thema des verzinsten Geldsystems und deren Verwerfungen niemals thematisiert, sondern geächtet. Punkt. Aus diesem Grunde schließe ich ganz cash daraus, kätzerisch heraus, dass diese ganzen Systeme offensichtlich einem Machtsystem unterliegen. Wir merken das sehr deutlich und wir haben diesem Machtsystem von der Wissensmanufaktur auch einen Namen gegeben. Wir haben darüber nachgedacht, ich freue mich, dass mein Kollege Rico Albrecht heute hier ist und sich auch seinen Nachmittag hier um die Ohren haut bei dem schönen Wetter, wie wir alle, ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Und mir geht es darum, diese Begrifflichkeit, diese Ursache, diese Krankheit, möchte ich fast mal behaupten, beim Namen zu nennen und die liegt, oder wie bezeichnen wir, als Danista. Den merken Sie sich bitte, den Namen. Danista. Danista kommt aus dem Lateinischen und Danista heißt Geldverleiher, Wucherer. Was ist ein Wucherer? Bei Wuchern denken wir natürlich automatisch, oh, da nimmt einer 20% Zinsen für einen Kredit. Wucher. 1% ist fair, 20% ist Wucher. Das sehe ich anders. 0,01% Zins, also leistungsloser Gewinn, ist bereits Wucher. Aber wir sind dermaßen dogmatisiert worden, dass wir glauben, wir brauchen Kredite und Kredite sind ohne Zinsen nicht möglich. Wir sind übrigens sehr schlampig mit unserer Vokabelnutzung. Wir nennen übrigens alles Zins. Wenn man uns 5% Zins nennt, dann ist das nicht nur Zins im Sinne von Guthabenszins für den Geldverleiher, sondern da ist auch eine Risikoprämie drin für eventuelle Ausfälle. Das wird gar nicht auseinander dividiert, sondern es wird als ein Zinssatz genannt und damit ist die Sache erledigt. Das heißt, wir müssen ein bisschen deutlicher werden bei der Geschichte. Und dieses Wuchern bedeutet, dass letztlich die Zinserträge aus Kapitalsammelbecken, die immer größer werden und diese Verwerfungen hier einleiten, die dann natürlich genau das hier zum Ziel haben, was wir heute haben, abhängige Politiker eines Systems. Und wie es Rico Albrecht so schön sagt immer, die Politiker sind gar nicht dumm in den Spitzenpositionen. Das mag sie jetzt verwundern. Aber das sind sie nicht. Sie sind ihr Geld wert. Man muss immer nur wissen, wessen Interessen vertreten sie und wofür kriegen sie ihr Geld. Und dafür machen sie es ausgezeichnet. Und wenn einer bestimmte Themen anspricht, dann wird er geächtet, wie zum Beispiel das verzinste Geldsystem. Und das nennen wir dann auch Danistakratie. Das merken Sie sich bitte mal, das ist ein Begriff, den ich außerordentlich wichtig finde, weil der Begriff Wuchern für mich auch mit Wucherungen zu tun hat. Und Wucherungen sind raumfordernde Systeme, Geschwüre, nicht vernünftige Grundsätze, die zu Verteilungssystemen eben halt in dieser Form führen. Und alle diese Leute, die das auf den Punkt gebracht haben, egal ob sie Demokraten, Nationalsozialisten, Sozialisten oder Kommunisten oder sonst was waren, alle die haben dieses Thema geächtet, obwohl es deutlich erkennbar ist und deutlich erklärbar ist. Das soll also letztendlich das Ziel des heutigen Vortrages sein, Ihnen diese Dinge ein bisschen näher zu bringen, weil ich weiß, die meisten von Ihnen sind genau in eine andere Richtung ausgebildet worden, hoch ausgebildet, auch hochintelligent. Aber die meisten hinterfragen dadurch auch nicht mehr wirkliche Ursachen. Und das ist das, was uns vielleicht in aller Bescheidenheit auszeichnet. Wir möchten gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Das Geld. Was ist Geld? Geld ist ein bunter Zettel und den nehmen wir und den setzen wir letztendlich auf einen Tisch. Und dafür gibt uns jemand etwas. Geld ist also ein Anrechtschein auf den Erwerb irgendwelcher Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines virtuellen Marktes. Ein Markt, in dem man irgendwie so drüber steht und beobachtet, wie da Leute Waren und Dienstleistungen tauschen. Das versteht man unter Wirtschaft. Austausch von Waren und Dienstleistungen. Wer ein bisschen tiefer einsteigt, der weiß, Wirtschaft setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, aus einem Wirt und der schafft. Und wenn ein Wirt schafft, nämlich er schafft Befriedigung, nämlich von Bedürfnissen, dann bekommt dieser Begriff Wirtschaft eine andere Bedeutung und ist nicht einfach nur Austausch von Waren. Ein Bauer bewirtschaftet auch sein Feld. Da ist ja noch kein Verkauf oder kein Tausch, sondern der Wirtschaftsvorgang an sich ist ja im Prinzip schon die Arbeit auch. Also Wirtschaft muss ein bisschen genauer definiert werden. Das würde natürlich zu weit führen, wenn wir da einsteigen würden, aber selbst eine Mutter, die ihr Kind stillt, ist ja ein Wirt und sie verschafft dem Kind informell ohne Vertrag. Sie sagt nicht, also pass mal auf, du kriegst zwar deine Milch, aber nur dann, wenn du vorher einen Arbeitsvertrag machst oder später mal eine Rente bezahlst. Das hofft sie zwar unterbewusst, aber mehr instinktiv, aber das ist mehr eine informelle Wirtschaft. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge auch mal ein bisschen hinterfragen. Wir haben also Geld im Umlauf und Geld ist ja nicht einfach nur ein Zettel, mit dem man bezahlen kann, denn es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass ich mir zum Beispiel ein eigenes Geld herstelle. Mannheimer Groschen oder Ludwigshafen Nataler und dann stehen die in Konkurrenz oder einer sagt, ich bin von der Firma Meier GmbH und ich mache jetzt eben halt hier meinen Meier Nuck Nuck und den gebe ich jetzt als Geld raus und wenn der anerkannt wird, dann bezahlen alle mit Nuck Nucks. Egal wie. Darf ich nicht. Weil Geld ist nämlich ein gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt, Geld ist nicht einfach nur ein Tauschmittel, sondern erstmal ein Entschuldungsmittel, was wir als Tauschmittel ohne weiteres auch bezeichnen können, so tief wollen wir gar nicht einsteigen, aber Geld ist vor allem eine Rechtseinrichtung. Wir sind alle verpflichtet, mit Geld zu bezahlen. Es ist verboten, nicht mit Geld zu bezahlen. Umso wichtiger ist, wenn wir verpflichtet sind, mit diesen Zetteln, die wir Euro oder sonst wie nennen, wir werden nachher feststellen, es gibt eh nur eine Währung, dass es dann wesentlich ist, wer die Macht über das Geld hat. Und viele glauben, das Geld ist ja staatlich. Wir sind erzogen worden, dass der Staat grundsätzlich versagt. Privat ist immer gut, weil die sind effektiv und die sind positiv und der Staat ist negativ. Das sehe ich ein bisschen anders. Weil dieser Staat, den wir hier haben und deren Staatsvertreter keine hoheitlichen Staatsvertreter mehr sind, sondern mehr oder weniger ausführende Organe des privaten Systems. Und privat kommt von privare, privare heißt berauben. Ich möchte das einfach nochmal hinterfragen. Aber jetzt kommt nicht die Schublade auf, jetzt kommt der Sozialist, ich bin kein Sozialist, ich komme eigentlich nicht aus der linken und auch nicht aus der rechten Szene, beides wirft man uns regelmäßig mal vor. Denn wer es wagt, die Bandbreiten zu verlassen, der wird natürlich gleich geächtet und im schlimmsten Fall gibt es in Deutschland ja die ganz bestimmte Keule und dann ist immer aus. Aber das soll nicht mein Thema sein. Weil ich bin gar kein Mensch, der sagt Sozialismus, Kapitalismus, das hat es eh alles noch nie gegeben. Es hat weder Demokratie gegeben noch Sozialismus. Es gab immer irgendwelche Führungsformen, wo letztendlich die Untertanen zu schuften hatten und das war eigentlich alles und das nannte man immer in verschiedenen Formen, egal wie, aber es hatte nichts mit den eigentlichen Urformen zu tun. Spielt auch gar keine Rolle. Meine Damen und Herren, das Geldsystem, was wir auf dieser Welt haben, wird gesteuert über eine Weltwährung und das ist der Dollar, der US-Dollar. Nämlich die Weltwährung, hier zeigt ihr ewig dieses komische Ding hier an. Wir greifen nicht richtig mal aus. Die Federal Reserve ist jetzt damit eingeschaltet, soll eigentlich ausgeschaltet sein. Ich liebe das. So. Die Federal Reserve kennen wir alle. Die meisten meinen, die Federal Reserve wäre die amerikanische Notenbank. Das ist nicht richtig. Die Federal Reserve ist ein Gesetz. Das heißt nämlich Federal Reserve Act. Und dieses Federal Reserve Act ist mal gemacht worden, 1913, nachdem man mit einigem Nachdruck der Manipulation von vermeintlichen Wirtschaftskrisen den Menschen klar gemacht hat, wir brauchen Experten, die das Finanzsystem führen, um damit letztendlich die Sicherheit zu schaffen, dass keine Finanz- und Wirtschaftskrisen mehr möglich sind. Und so haben sich Menschen bereit erklärt, privater Natur, dass sie eine solche Gesellschaft, eine solche Institution, die wir Federal Reserve nennen, dass sie die eben führen und übernehmen würden. Und das hat man tatsächlich gemacht. Der damalige Präsident Wilson stimmte dann plötzlich irgendwie zu, mit sehr kuriosen Mitteln, eigentlich das sehe ich definitiv, Weihnachten 1913, als keiner mehr von den großen Senatoren da waren, hat man das durchgepeitscht und hat das Gelddruckrecht, das heißt, die Geldrechte dieser Erde, das heißt, später kam es dieser Erde, hat man diese Gelddruckrechte im Prinzip vergeben an eine private Elite von Bankern. Das an sich ist auch noch nichts Dramatisches, aber das wollen wir mal festhalten, wozu das führt. Seitdem gibt es nämlich kein US-amerikanisches Geld mehr, sondern Federal Reserve Geld und Sie sehen, so sah mal das ganze Geld aus vor der Einführung des privaten Geldes und Sie sehen oben drüber, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, Secured United States of America, das heißt also, wir haben hier noch ein staatliches Geld und man hat dann letztendlich gesagt, wir ändern es ab, nicht mehr in eine, ein Geld der Vereinigten Staaten, sondern Geld der Federal Reserve, welches die Vereinigten Staaten nutzen müssen. Deutlich wird das hier, so sieht nämlich die Federal Reserve Note aus und Sie sehen oben drüber, sehen Sie oben ganz klar, Federal Reserve Note und darunter steht United States of America, Das heißt, diese Note der Federal Reserve, also dieser Institution, die das Federal Reserve Act vertreten, irrtümlicherweise Bank genannt, die haben das Recht bekommen, plötzlich die Geldmenge und das Geldsystem der US-Amerikaner zu regulieren, zu starten, die Menge aufzublähen und so weiter, auf Deutsch gesagt, sie haben die Macht über das Hoheitlichste, was überhaupt ein Staat haben kann, privatisiert und übernommen und hier begann letztendlich ein Problem. John F. Kennedy hat natürlich gemerkt, was daraus passierte und das war ganz interessant, im Jahre 1963 machte er eine ganz bestimmte Veränderung im Rahmen seiner Tätigkeit, er führte kurzfristig wieder US-amerikanisches Geld ein, das war sein Ziel und Sie sehen, das ist ein Schein der Zweite unter der US-amerikanischen, also der tatsächlich, Sie sehen United States Note, können Sie das sehen gut? Ja? Ich glaube, ich habe sie sogar noch vergrößert, Sie sehen das hier und er hatte versucht, tatsächlich die Macht des Geldes wieder in Staatshände, in Volkshände zu bekommen und eben halt denjenigen, diesen Danisterkraten, wieder zu entnehmen, die letztendlich die Macht zu der Zeit schon übernommen hatten und das wäre fast das Ende gewesen, dieser Geldherrschaft, dieses Brutalkapitalismus und die hatten schon richtig Glück gehabt, das darf man sarkastisch sagen, dass John F. Kennedy dann zufällig von einem Irren dann entfernt wurde. Und es ist natürlich schon eine Frage, die sich da stellt, weil die erste Amtshandlung des Nachfolgers London B. Johnson war natürlich, dieses Ding sofort wieder zurückzunehmen und hat dann wieder die gute Federal Reserve Note, wie sie heute noch da ist, als Privatdollar eingeführt und seitdem geht das Ganze eben halt lustig in dieser Runde weiter. Ich finde das nur sehr wichtig. Jetzt nochmal, bis dahin hoffentlich ist alles verständlich, weil ich weiß, das verstößt oft gegen das studierte Weltbild, weil wir natürlich diese Thematiken auch an den Universitäten nicht lernen und nicht lehren. Das muss man sich nämlich selbst beibringen, weil an den Universitäten der Volkswirtschaft, da werden eben halt hochkomplexe volkswirtschaftliche Prozesse gemacht in der Volkswirtschaft. In der Betriebswirtschaft gibt es eben halt ein Ziel, das ist ganz groß und das heißt Gewinnmaximierung. Da lernt man also Kriege zu führen. Die gesamte Betriebswirtschaft hat ja schon eine reine Kriegsterminologie. Wir müssen Märkte erobern. Es brechen welche in unsere Märkte ein. Wir brauchen Strategien. Also diese Marketing-Experten sind ja quasi regelrechte Generäle und Söldner von Systemen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil es das System vorgibt. Mir geht es nicht darum, hier Schuldige zu benennen, weil das ist nicht mein Thema, denn das ist der größte Feder, den wir machen können, denn wer schuld ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. Und wir sollten alle sehr vorsichtig sein, und ich ganz besonders, weil ich habe mein Leben lang eben halt auch das Ganze mitgemacht und hatte es damals nicht verstanden. Und das Geld, was ich damals dachte, was ich verdient hatte, habe ich festgestellt, dass ich es nur bekommen habe. So, nun hatte ich es aber blöderweise schon. Und ich habe dann aufgehört und habe dann gesagt, okay, ich muss wieder was zurückgeben. Das kann man glauben oder nicht, denn wenn einer heute etwas macht ohne Eigennutz, glaubt man ihm das sowieso nicht. Das ist unser System. Kann ich übrigens gut verstehen, hinterfragen Sie immer auch mich. Wenn Sie was finden, würde es mich auch mal interessieren, was jetzt irgendwo gegen uns sprechen sollte, aber das ist mir schon wichtig. Ein wesentlicher Punkt ist noch eines. Hier handelt es sich um eine fast militärische Operation, die über hunderte von Jahren angelegt sein könnte, denn die letzten 100 Jahre laufen schlüssig und nachvollziehbar in eine Richtung. Als man 1913 die Federal Reserve einführte, da war das ja erst mal nur das amerikanische Geld. Aber 1944 hat man das amerikanische Geld zum Weltgeld gemacht. Wir sind einfach nur durch unsere massiven Überflutungen von Informationen kaum noch in der Lage, irgendwelche Dinge zu hinterfragen. Hier liegt eins unserer Hauptprobleme und wir hinterfragen interessanterweise gar nicht mehr, wie kommt eigentlich dieser Begriff Weltleitwährung zustande. Jeder hat ihn schon mal gehört. Warum Leitwährung? Ich denke ganz einfach, weil man glaubt mit diesem Begriff Weltleitwährung, dass man keiner merkt, dass es sich um eine Weltwährung handelt. Was hat man gemacht? Man hat den US-Dollar 1944 zu allen Staaten gesagt, ihr alle, die ihr seid auf dieser Erde, ihr braucht in Zukunft beispielsweise nur noch eine einzige große Währung, an die ihr euch anlehnen könnt und das sind wir. Garantieren tun wir euch das, indem wir einen Goldstandard einführen. Wir unterlegen unseren Dollar mit einem Goldstandard von 25% auf einen Unzenpreis von 35 Dollar, die Unze. Und damit könnt ihr alle Dollarnoten letztendlich in allen Staaten, diese Erde, Frankreich, Deutschland, Japan, sonst wo. 1944 hatten die Deutschen relativ wenig Einflussmöglichkeit, da mitzusprechen und hatte dann dort die Situation, dass man dann die Dollarnoten in den Tresoren liegen haben konnte und konnte dann natürlich sagen, weil es war ein Lagerschein für Gold und konnte dann zu den Amerikanern sagen, so, ich möchte jetzt mein Gold einlösen. Das war ein Inhaberpapier, also für die Juristen kein qualifiziertes Legitimationspapier, sondern ein reines Inhaberpapier. Man legte das hin und kriegte dann sein Gold. So war es geplant, so war es gesagt, so war es versprochen, so war es Vertrag. Bis dann 1969 irgendwann der gute Charles de Gaulle auf die Idee kam, hat gesagt, ich probiere das mal aus, wie meine Freunde so reagieren, wenn ich das jetzt mal wirklich mache und ist dann nach Amerika und hat seine Dollarscheine hingelegt, wie beim Pokern, hat gesagt, Hose runter, ich will sehen, ich will mein Gold abholen. Ja, und dann hat man nachgezählt, hat festgestellt, ups, es ist ja nicht mal mehr genug Gold da, um nur Frankreich auszulösen. Mit anderen Worten, hier lief doch ein ziemlich groß angelegter Betrug. Und so schloss USA das sogenannte Goldfenster einseitig, widerrechtlich und alle spielten mit. Gut, die Argumente waren natürlich auf US-amerikanischer Seite, die Argumente waren aus Stahl, schwammen auf den großen Meeren und hießen nie mit und so weiter. Und da hält sich natürlich also auch die Entrüstung in Grenzen, wenn man weiß, dass die auch andere Möglichkeiten haben. Und da liegt genau das Problem und seitdem ist der Weltgeldbetrug aufgeflogen. Und wir sehen das Zentralbankergebnis, seit man den Goldstandard abgeschafft hat, sehen wir seit 1913 bis zum heutigen Tage. Sie sehen links oben, wie der Dollar sich entwickelt hat, nach unten. Und wenn Sie wissen, dass dieser Dollar die Grundlage ist für alle Währungen dieser Erde, nämlich auch für den Euro, dann wird einem klar, warum auch der Euro nichts werden kann. Aber da gehe ich nachher noch mehr ein bisschen konkreter drauf ein. Auf der roten Linie sehen Sie, die plötzlich ansteigt. Das ist die sogenannte Geldmenge. Und wir glauben, dass die Notenbanken dann einfach das Geld drucken. So wird es auch in den Medien suggeriert. Das ist natürlich auch falsch. Die Notenbanken drucken kein Geld, sondern die Notenbanken, die produzieren das Geld, nachdem es vorher mechanisch vorgeregelt wurde, indem man nämlich beispielsweise die Völker als Bürgschaft für dieses neue Geld eingenommen hat. Denn alle Gelder sind auch gleichzeitig Schulden. Aber da komme ich gleich noch mal drauf. Es ist manches nicht ganz leicht, weil das verstößt gegen die Mainstream-Ausbildung sehr, sehr oft. Eine Frage nach dem Krieg. Die Notenbanken, die entstanden sind, sind die gleiche Sektoren oder sind die 60er-Krege? Welche Notenbanken? Nach dem 49er-Krieg. Nein, das war die Deutsche, die Deutsche Bundesbank war natürlich schon zu der Zeit ganz klar eine Dollarwährung. Die Frage ist immer, wir kommen nachher noch mal drauf, was ist der Unterschied zwischen Privat und Staat? Gibt es den Unterschied zwischen Privat und Staat? Vielleicht beantworte ich das sogar mal. Nehmen wir mal die Medien. Wir wissen, dass beispielsweise das Bankensystem, das Finanzsystem alle Macht letztendlich innehat. Ich glaube, das kann keinen wirklich schocken, auch wenn er im System arbeiten muss und akademisch und statistisch tätig ist. Wenn einer statistisch tätig ist, weiß er ganz genau, wie solche Manipulationen funktionieren. Aber jeder kann für seinen Job auch die Verwerfung und Manipulationen, die Unwahrheiten, ob sie in der Werbebranche oder sonst wo sind. Es wird ja eigentlich nur gelogen. Das System ist ja auf Lüge letztendlich aufgebaut insgesamt. Das klingt so verurteilend, aber ich bin selbst auch Teil des Systems. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nur mal die Gedankengänge auch mal aufbrechen, dass man sagt, lasst uns darüber mal diskutieren, wo die Ursachen eigentlich liegen und nicht die Symptome, die permanent durch Durchwurstel, diese Pragmatismus von links nach rechts gebastelt werden. Das kann es ja wohl nicht sein. Es muss jetzt irgendwann mal ernst sein, weil es geht jetzt hier, spätestens wenn man sich Fukushima anguckt oder Golf von Mexiko, es geht hier um die Menschheit. Das klingt jetzt so wahnsinnig hochgezogen. Oh, jetzt wird das ganz dramatisch. Nein, es geht um die Menschheit. Und ich habe eben halt zwei Söhne, die sind 29 und 30, die haben Familien und ich habe drei Enkel und ich mache mir schlicht und ergreifend Sorgen. Und deshalb stehe ich hier. So einfach ist diese Welt. Und ich möchte einfach, dass wir diese Dinge hinterfragen. Und wenn ich sehe, dass beispielsweise die privaten Unternehmen an den Banken hängen mit den Schulden beispielsweise, sind ihre Möglichkeiten, frei zu agieren und zu reagieren, natürlich extrem eingeschränkt. Aber das Ganze gilt natürlich auch für öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die ja Staat sind, denn der Staat ist ja bei denselben Systemen verschuldet. Und genau hier schließt sich dann irgendwo der Kreis, dass wir zwischen privat und öffentlich-rechtlich überhaupt nicht mehr unterscheiden dürfen, weil sie sind alle und da liegen alle demselben Grundlagen, dieser selben Danistokratie. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Vielleicht fange ich an der Stelle mal ganz kurz auf die Thematik ein, weil viele sich nicht richtig vorstellen können, wie ein Finanz- oder wie ein Geldsystem überhaupt funktioniert, wie man auch beispielsweise Geld produziert. Ich möchte vielleicht mal erklären, wie Geld überhaupt entsteht. Viele glauben, Zentralbanken sind den Geschäftsbanken übergeordnet. Viele glauben, eine EZB steht über der Deutschen Bank oder der Commerzbank. Das halte ich für ein Gerücht, andersrum wird ein Schuh raus. Mittlerweile sind die sogenannten Zentralbanken Handlanger der Geschäftsbanken. Wir müssen langsam auch diese deutsche Sprache finden. Wir müssen auch diese direkte Ansprache finden, weil sonst bringt es nichts, wenn wir ständig im Rahmen der Political Correctness weiter lügen. Denn es gibt Political Correctness und korrekt heißt ja klar, nachvollziehbar, ehrlich und beweisbar. Political ist eine Einschränkung. Also eingeschränkt korrekt ist auf Deutsch gesagt eben ein bisschen Lüge vielleicht. Aber ein bisschen Lüge ist Lüge. Also lassen Sie uns mal Klartext sprechen. Wie entsteht Geld? Wir haben eine Bilanz, das wissen wir alle und die Bilanz einer Bank ist ja etwas anders als die eines Gewerbebetriebes. Da haben wir einmal die Aktivseite und die Passivseite. Wir wissen, auf der Aktivseite liegen letztendlich die ganzen Vermögen eines Unternehmens, also alle Vermögenswerte und auf der Passivseite die Vermögensquellen. Hier sollte auch irgendwo das Eigenkapital stehen. Das wissen wir natürlich auch. Wenn hier das Eigenkapital auf der linken Seite stehen würde, dann wäre es ein Problem. Aber jetzt haben wir hier eben halt die entsprechenden bei einer Bank natürlich die Anlagevermögen, wie Immobilien, wie Fuhrpark für Mitarbeiter und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, wir haben einen großen Bereich und das sind die Forderungen. Das ist die größte Bilanzposition einer Bank. Forderungen gegenüber Kreditnehmern. Und da stehen jetzt die ganzen Leute drin. So. Jetzt kommt Andreas Popp zur Bank und er sagt, er möchte 100.000 Euro haben. Jetzt sitzt der Bankbeamte, Sparkasse übrigens, waren früher noch Beamte, der sitzt dann vor mir und erklärt dann kein Problem und stellt meine Bonität fest, stellt fest, ich habe noch ein paar Sicherheiten. Das ist ja wichtig, falls ich ausfalle. Interessant. Und jetzt kommt die Position neu. Jetzt kriege ich einen Vertrag vorgelegt, wo drauf steht, ich verpflichte mich, Andreas Popp, an die Bank 100.000 Euro zurückzuzahlen mit 5% Zinsen. Tilgung lassen wir jetzt mal außen vor, meistens oder ohne. Am besten Tilgungsaussetzung, mögen die Banken am liebsten, wenn entsprechende Sicherheiten da sind. Und dieses Ding unterschreibe ich diesen Kreditvertrag und gebe ihn den Bankvertreter zurück. Der Bankvertreter hat jetzt einen neuen Vermögenswert, weil ich verpflichte mich nach diesem Vertrag, diese Forderungen zu erfüllen. Und jetzt steht hier drin beispielsweise eine weitere Forderung und da steht drauf Popp und da steht drin 100.000. Das heißt, diese Position ist jetzt einfach neu dazugekommen. Und jetzt erhöht sich natürlich die Bilanzsumme, die vorher meinetwegen eine Million war, eine völlig kleine Summe jetzt natürlich, die erhöht sich jetzt auf 1,1 Millionen. Und jetzt muss ich natürlich auch hier auf 1,1 Millionen erhöhen, weil vorher war es ja auch einer Million. Und jetzt muss ich sehen, wo kriege ich jetzt dieses Geld her? Und jetzt kommt hier natürlich eine neue Position auch auf der Passivseite, wo drauf steht beispielsweise Girokonto, Popp, und dann stehen hier wieder 100.000. So. Und hier beginnt letztendlich eine Situation. Ich habe durch schlichte Buchungssätze, durch eine schlichte Bilanzverlängerung hier an dieser Stelle neues Geld geschaffen. Diese 100.000 gab es vorher nicht. Und diese 100.000 stehen mir aber nun zur Verfügung, weil alles, was ich gerade gemacht habe, war notwendig, um diese 100.000 zu schaffen. Die 100.000 gab es vorher nicht. Was die meisten Leute, gerade aus den akademischen Berufsständen, gerade aus dem Bereich der Finanzmathematik, Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaft, kaum vorstellen können, obwohl es bei den Bankern beispielsweise, wenn Sie Issing lesen, Ottmar Issing ist ja einer der ganz großen Banker, der ja nun auch die Girald-Geldschöpfung beschrieben hat. Und ich habe ihn mal kennengelernt und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und wenn ich nur einfach sehe, dass beispielsweise dort ja auch alles drinsteht, was ich hier sage, das ist nichts Neues. Das steht da drin. Es versteht nur keiner. Das große Problem, es versteht einfach keiner. Und hier liegt genau ein großer Knackepunkt. Das heißt, jetzt sind plötzlich die 100.000 aus dem Nichts entstanden. Banken verleihen nämlich kein Geld. Banken produzieren Kredite ex nihilo, aus dem Lateinischen aus dem Nichts. Und das ist einer der ganz wesentlichen Punkte und das führt natürlich zu globalen Verwerfungen, weil natürlich hier zwar vermeintliche Sicherheiten drin sind, aber wie hoch sind die Sicherheiten bewertet? Ich will nämlich gleich nämlich vor allem auch auf die momentan aktuelle Situation unseres Finanzsystems reinkommen. Deshalb mal ein bisschen in diese Problematik. Das heißt, diese 100.000 sind aus dem Nichts heraus entstanden. Ich gebe sie aus und nun befinden sie sich in der Volkswirtschaft. Für die Insider unter Ihnen, die wissen natürlich, mit den 100.000, die geschaffen wurden durch den Kredit, sind aber nur die nominalen 100.000 geschaffen worden. Jeder weiß aber, er muss ja 100.000 plus Zinsen zurückzahlen. Die Zinsen sind aber bei der Schaffung, bei der Entstehung des Geldes, bei der Schöpfung des Geldes nicht mitgeschöpft worden, nicht miterschaffen worden. Und woher soll ich, wenn ich jetzt 100.000 bekomme und ich muss jetzt über 20 Jahre oder 30 Jahre 200.000 zurückzahlen, weil es eine Hypothek ist, wo kommen die zweiten 200.000 Euro her? Ja. Die muss ich anderen abnehmen, um sie bezahlen zu können und um die dadurch aber selbst in die Verschuldensspirale kommen. Und ich möchte Sie bitten, sich in diese Thematik einzuarbeiten. Diese Dinge versuchen zu verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Leichter ist es natürlich für Menschen, die nicht Wirtschaft studiert haben. Für die, die Wirtschaft studiert haben oder aus dem Bankenwesen kommen, ist dieses Thema wesentlich schwerer zu verstehen, als für denjenigen, der beispielsweise Gärtner ist und weiß, wie eine Pflanze wächst und weiß, dass unendliches Wachstum nicht möglich ist. Damit hat er einen ganz großen Vorteil, was seine Grundkenntnisse anbelangt. Das meine ich ernst. Das meine ich ernst. Und mir geht es einfach nur darum, dass hier letztlich natürlich eine Hauptverwerfung drinsteht, wie das Geldsystem entsteht. Und jetzt sehen wir natürlich auch ein Problem. Es gibt kaum noch Gelder, die jetzt tatsächlich in Bargeld sind, sondern das ist Giralgeld. Das ist aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Für die Finanzexperten unter Ihnen 14 Absatz 1 Bundesbankgesetz, Münzen und Banknoten hieß es früher. Heute heißt es eigentlich mehr Geldscheine. Es scheint nur noch wie Geld. Unsere Sprache ist ja sehr exakt. Und die sind letztendlich gesetzliches Zahlungsmittel. So, und die jetzigen Giralgelder, die ganzen Girokonten, die man so hat, diese Druckerschwärze auf Kontoauszügen oder die Bits und Bytes in Form von Leuchtziffern auf einem Plasma-Bildschirm. Man verkauft sie uns als gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist es aber nicht. Es ist lediglich Giralgeld, wird aber behandelt wie Geld und man kann damit auch offensichtlich zahlen wie Geld. Zumindest solange sie daran glauben und solange sie das an diese Vertrauen darin haben. Und jetzt müssen wir natürlich auch eines erkennen bei der ganzen Geldmenge, bei diesen ganzen Bewertungen, und das ist auch wichtig, wie hoch sind denn die Sicherheiten, die jetzt einem solchen Kredit hinterliegen. Weil viele glauben ja, gut, jetzt habe ich natürlich ja eine entsprechende Sicherheit, sodass der Bank oder auch irgendwo dem System, es sind ja ganz skurrile Gedankengänge mit dem Lieblingswort irgendwie. Also eins meiner Lieblingsvokabeln, was ich immer höre, ist irgendwie. Wenn einer sagt, ja irgendwie kriegen die das schon Griff oder das muss ja irgendwie gehen oder irgendwie ist es ja auch schon immer gegangen. Das ist die irgendwie-Vokabel, finde ich ganz toll. Ich lebe ja in Kanada, wie viele wissen. Wenn dann Leute nach Kanada kommen und sagen, ja, also ich will jetzt nach Kanada, weil Deutschland ist alles Mist und ich will jetzt hier hin und hier ist jetzt alles gut und dann sage ich immer, Kinder, du kannst nicht flüchten, wenn du meinetwegen nach Kanada gehst, weil du meinst, in Deutschland ist alles schlecht, du vergisst, dass du dich jedes Mal mitnimmst. Und da ist das Problem, ist nicht Deutschland, sondern das Problem bist du. Und vielleicht solltest du einfach mal darüber nachdenken, wenn du sagst, du gehst jetzt irgendwo hin, um glücklich zu sein, aber dann ist das in Ordnung, aber man sollte erst mal jetzt sich selbst im Klaren sein und auch versuchen, die Dinge einfach zu hinterfragen. Zurück. Also dieses Giralgeld befindet sich also quasi dann im Umlauf und vermeintlich ist hinter dieser Forderung auch ein entsprechender Wert. Aber wie hoch ist dieser Wert, wie hoch ist diese Sicherheit bewertet? Und das sehen wir spätestens seit der Finanzkrise, wie dramatisch sich das entwickelt hat. Wir haben ja Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Wenn Sie einen Betrieb haben, die beispielsweise solche Gläser verkaufen, dann steht so ein Glas mit beispielsweise 5 Euro in einem Regal zum Verkauf und spätestens, wenn es in einem Jahr verkauft wurde zu 5 Euro, dann wissen wir, es war richtig bewertet oder es war falsch bewertet. Also der Beweis wird relativ schnell erbracht, ob Umlaufvermögen richtig bewertet wurden oder nicht. Das ist anders bei Anlagevermögen. Wenn Sie zum Beispiel Immobilien haben, große Immobilien, Fabrikgebäude oder Bankgebäude, da verkaufen Sie ja nicht permanent diese Dinger, um festzustellen, ja, stimmt noch, sondern Sie bewerten sie von Sachverständigen. Die heißen dann Standard & Poor's, übersetzt schlicht arm. Also das heißt, es ist manchmal arm, was Sie da so von sich geben. Und es ist einfach so, dass beispielsweise Standard & Poor's dann eine Bewertung macht oder irgendein anderer macht eine Bewertung und da steht dann drin, 300.000 kostet die Immobilie oder 500.000. Aber keiner braucht den Beweis erbringen, ob das überhaupt stimmt. Und so befinden sich unglaubliche Positionen in den Bilanzen durch Veränderungen der Bilanzierungsmethoden, durch Bilanztricks, völlig überbewertete, besonders in Finanzkrisen, völlig überbewertete Anlagevermögen. Und diese Anlagevermögen können sogar so überbewertet sein, so perfide, dass plötzlich Großbanken in diesen Zeiten angeblich Milliarden Gewinne gemacht haben, die nur durch Bilanztricks zustande kamen und nicht durch Arbeit, wenn man überhaupt bei Arbeit von Arbeit sprechen will, wenn jemand nur Papier schmutzig macht. Ich gehörte selbst zu dieser Branche, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, alle Banker, die meisten kaufmännischen, administrativen Berufe. Ich nehme mich damit ein, weil ich komme auch aus einem solchen Bereich. Das dauert, bis man das versteht und bis man das akzeptieren kann, dass da Quadratkilometer Wald abgeholzt werden, um zum Beispiel Steuerformulare zu machen oder Gewerbeanmeldungen oder irgend so ein wichtigen, solche wichtigen Sachen, die man nicht unbedingt immer braucht und die man mit Sicherheit auch einfärchen könnte oder eindampfen könnte. Aber das ist eben halt unser Problem. Mir ist vielleicht eines wichtig hier für Sie, dass es Verwerfungen durch diese Systematiken kommen kann, denn wenn Geld nur entsteht durch Kredit und das ist entscheidend, denn hier ist das Geld entstanden und das möchte ich noch mal an einem ganz einfachen Beispiel diejenigen, die vorletzte Woche, glaube ich, beim NTV, ich glaube, ich habe vorletzte Woche ein NTV-Interview gegeben und da fragte mich die Dame im Fernsehen, das war live, das war ihr Problem, deshalb ist es auch gesendet worden, und wie wollen wir denn unsere Schulden zurückzahlen? Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir das tun. Da hat sie gesagt, Ich sage, denn wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann müssten wir ja das Geld vernichten. Da hat sie gesagt, das habe ich nicht verstanden, können Sie mir das mal erklären? Ich sage, ja. Ich sage, stellen Sie sich mal vor, das war eine sehr nette, stellen Sie sich mal vor, das war sehr nett, stellen Sie sich mal vor, ich komme jetzt zu Ihnen und arbeite zwei Stunden bei Ihnen zu Hause, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung, und Sie bezahlen mich mit einem Schuldschein, wo Sie mir ebenfalls zwei Stunden Arbeit zusagen. Zwei Stunden, sagt sie mir zu, und unterschreibt den Zettel mit einem Datum drauf und gibt mir den mit, und ich kann ihn ja jederzeit einlösen. Jetzt habe ich zwei Stunden Arbeit in Form eines Zettels im Prinzip bei mir in meinem Küchenschrank liegen. Und irgendwann komme ich in eine Situation, dass irgendjemand mir was verkaufen will oder ich etwas kaufen möchte, und ich nehme jetzt diesen Zettel und ich sage, du, ich habe hier noch zwei Stunden Arbeit von Frau XY, möchtest du die als Zahlung akzeptieren? Und er sagt, oh, wer weiß, wenn ich mal zwei Stunden Arbeit brauche, hier kannst du haben, ich nehme den Zettel mit. Jetzt hat er den Anspruch auf zwei Stunden Arbeit. Was hier entstanden ist, ist Geld. Nichts anderes ist unser Geld. Jetzt gehen diese zwei Stunden Arbeit in Form eines Zettels vom einen zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, bis irgendwann einer sagt, ups, unser Garten sieht ziemlich übel aus, wir müssen mal umgraben. Und jetzt ruft an und sagt, pass mal auf, ich habe hier zwei Stunden Arbeit von Ihnen, kommen Sie mal rum, buddeln Sie mal. Und dann kommt er an und muss zwei Stunden im Garten buddeln, dann ist die Schuld getilgt. Und was macht man mit dem Schuldschein, wenn die Schuld getilgt ist? Dann wird er zerrissen. Weil jede Schuld, die bezahlt ist, muss zerrissen werden. Wenn man das versteht, dann ist es logisch, dass jedes Geld, was rückgezahlt wird, vernichtet werden müssen. Wir haben eine Staatsverschuldung von zwei Billionen Euro explizit, real sind das über sieben Billionen Euro implizit. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, würde ein Staat seine Beamtenpension und zu erwartenden Aufwendungen kapitalisieren, wie das jedes vernünftige Unternehmen in der Bilanz machen muss, durch sogenannte Rückstellungen, die gebildet werden, dann sind die zwei Billionen eine Wunschnummer, die wir uns wünschen könnten. Und wie dem auch sei, würden wir alle unsere Schulden, unsere Staatsschulden mit einem Rutsch bezahlen, dann müssten wir alle unser Geld abgeben. Es müsste für ungültig erklärt werden, weil die Schuld dann bezahlt ist. Ich hoffe, dass Sie diesen Dreh nachvollziehen können, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb sage ich, Gärtner haben da unglaublich wenig Schwierigkeiten, die mit der Natur zusammenarbeiten. Und dadurch, dass wir in der Finanzmathematik natürlich exponentiell und mit Grenzfunktionen arbeiten können, ist es uns schwerer, weil mathematisch fast alles darstellbar ist, aber natürlich eben nicht. Aber jetzt gucken wir uns mal eben eine solche Bankenbilanz mal an, die einer Sparkasse beispielsweise, hier in diesem Fall. Und da sieht man mal eine deutliche Verwerfung, wie viel echtes Geld ist tatsächlich im Umlauf. Und das sind ja nur Banknoten und Münzen. Und wie viel ist tatsächlich an Geld eigentlich da, was da sein müsste. Und hier sehen wir uns mal an, auf der Bilanzseite. Also jetzt wissen Sie alle zum zehnten Mal, dass mein Sicherheitsprogramm abgelaufen ist. Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden. Auf der rechten Seite, auf der Passivseite der Bank, stehen ja alle Schulden, die die Bank hat. Wenn Sie Kapitalanlagen bei einer Bank haben, ist das aus Sicht der Bank natürlich eine Verbindlichkeit. Logisch. Und jetzt sehen wir uns mal diese Bank hier an. Das ist eine Sparkasse aus dem Jahre 2006 vom Land, zu einer Zeit vor Lehman Brothers. Ich habe bewusst ein gutes Jahr genommen, als noch alles in Ordnung war. Das war noch zu Spitzenzeiten. Da waren die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden, nämlich einmal Sparanlagen mit vereinbarte Gekündigungsfrist von drei Monaten, mit mehr als drei Monaten, waren 395 Millionen. Andere Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel täglich fällige, das sind die reinen Girokonten, 168 Millionen und so weiter und so fort. Das heißt, die Sparvermögen bei dieser Bank lagen an diesem 31.12.2006 bei 624.111.840 Euro. So. Und nun gucken wir mal, was ist denn tatsächlich an gesetzlichen Zahlungsmitteln da? Und da stellen wir fest, das ist einmal ein Kassenbestand von, ich mache das hier einmal in groß, ein Kassenbestand von 7,426 Millionen und ein Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. Das ist aber Giraldgeld, das ist Zentralbankgeld, was gar kein richtiges gesetzliches Zahlungsmittel ist. Eigentlich ist es nur der Kassenbestand. Aber selbst wenn wir das mit reinrechnen würden, befindet sich ein Vermögenswert in Geld, um es einfach darzustellen, in Höhe von 19 Millionen Euro. Das heißt, 624 Millionen Euro müssten da sein, falls alle ihr Geld haben wollten und nur 19 Millionen sind real da. Vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, warum man so scharf darauf ist, das Bargeld abzuschaffen und möglichst alles elektronisch umzustellen. Weil wenn das rauskommt, könnte es nämlich ein paar Nachfragen geben. Spätestens dann, wenn ich 100.000 abheben will und die Bank sagt, tut es leid, wir haben gerade Konkurs angemeldet, die letzten 20 Euro sind gerade rausgegangen. Und jetzt kommen natürlich gerne Menschen auf mich zu und sagen, ja, aber da ist ein Gedankenfehler. Denn hinter den Forderungen, die da nun sind bei den ganzen Banken, da sind ja noch entsprechende Sicherheiten. Und da sind wir wieder bei den Bilanzierungsbewertungen. Und da stellen wir dann mal fest, wenn Sie sich mal die Sicherheiten angucken bei den Subprime-Krediten, die in den USA gelaufen sind, da sehen Sie sich einfach mal an, wenn Sie sich mal die Hütten gesehen haben, die sind mit 150.000 Dollar bewertet und die haben vielleicht noch einen Wert von 20.000 Grundstückspreis abzüglich Abrisskosten von dem Restgemäuer, dann sind da noch 5.000 gegenüber. Diese Dinge hat man dann auch noch gebündelt und die Dinge hat man dann auch noch verscherbelt. An die Deutsche Bank und die haben Sie dann an die West-LB und die wird jetzt gerade intellektuell an die Wand genagelt, weil sie angeblich zu blöd waren. Was ich unterschreibe, aber das ist nicht die Ursache. Also mir ist nur ganz wichtig, dass diese Zusammenhänge sehr deutlich werden und all diese Funktionen, die wir dort haben, all diese Situationen führen natürlich zu etwas anderem, nämlich zu weiterer Verschuldung. Denn eins ist definitiv, wenn wir uns hier ansehen beispielsweise, dass der Pop diese 100.000 irgendwann zurückzahlt, die ja hier als Schuld sind, dann werden natürlich diese 100.000 gestrichen und die Bilanz verkürzt sich wieder auf 1,0 Millionen. Aber vorher habe ich noch einige in die Schwierigkeiten gebracht, weil ich meine Zinsen bezahlen musste aus deren Altgeld. Das heißt, hier ist quasi ein inszenierter Krieg vorprogrammiert zwischen den Menschen und der basiert auf das Finanzgeldsystem und führt natürlich dazu, dass einige wenige Leute tatsächlich das Recht haben, Geld zu produzieren. Und die Geldproduktionsinhaber, die Rechtsinhaber der Geldproduktion, da liegen letztendlich die Ursachen unserer Verwerfung. Und wenn dann beispielsweise Politiker sich hinstellen und sagen, wir müssen mehr sparen, übrigens ein völlig verfehltes Wort, sparen heißt ansammeln von Guthaben, man meint kürzen, wir achten gar nicht mehr drauf. Ja, also, die haben da ein neues Sparpaket, da denke ich immer, toll, dann können sie es ja langsam mal ausgeben, wenn sie so viel gespart haben. Nein, die sparen ja gar nicht, die kürzen. Aber man muss es ja positiv darstellen. Heißt ja auch nicht Schuldenpapier, es heißt ja Wertpapier. Heißt ja Bundesschatzbrief statt Bundesschuldenbrief. Das ist ja diese Absurdität. Denn wir müssen ja letztendlich den Menschen, das ist ja das Verrückte, überlegen Sie mal, wir kriegen tatsächlich erklärt, Bundesschatzbriefe sind eine sichere Kapitalanlage. Weil der Staat muss sich natürlich immer mehr verschulden. Weil wenn alle ihre Schulden nämlich zurückgezahlt haben und die Bilanz sich verkürzt und plötzlich kein Geld mehr da ist, wo soll denn das neue Geld herkommen? Dann müssen ja neue Schulden. Wenn aber ich keine Schulden mehr machen kann, der Mittelstand keine Schulden mehr machen kann, der Privatverbraucher keine Schulden mehr machen kann und die Großkonzerne keine Schulden machen müssen, weil sie selbst zu dem Dannistakraten-System gehören. Das sind ja im Prinzip die Aggregate, die ja letztendlich die Raubzüge ja durchführen, auch im Rahmen des Systems. Kriege, Pharmaindustrie, Fleischlobby und so weiter. Ich spreche das ganz deutlich an. Zu Lasten unserer Umwelt und zu Lasten eben halt der Zukunft unserer Kinder. Das muss man einfach mal deutlich sagen dürfen, auch wenn das nicht passt. So, dann entsteht natürlich letztendlich irgendwann ein Problem, dass kein Geld mehr da ist und dann muss das der Staat machen. Und der Staat holt sich das dann, und jetzt wird es lustig, von uns wieder. Also, wir wissen, der Staat lebt über seine Verhältnisse aber noch lange nicht standesgemäß. und die Steuern reichen interessanterweise nicht aus. Warum reichen die Steuern nicht aus? Weil ja, die Danistokratie unglaublich viel Zinsen einfordert, ständig. Das heißt also, beispielsweise, der Staat braucht Geld, um die Zinsen bei der Bank zu bezahlen. Commerzbank, Deutsche Bank, wie auch immer. Und jetzt, weil die Banken sind ja momentan in Schwierigkeiten und können ja nicht mehr bezahlen. Die sind ja jetzt in einer Bankenkrise, wie wir gehört haben. Und jetzt muss der Staat dafür aufkommen. So, jetzt hat die Bank aber kein Geld mehr und braucht Hilfe. Und jetzt kommt der Staat Bundesrepublik und jetzt gucken wir in die Staatskasse und da stellen wir fest, wir haben 2 Billionen Minus und da greifen wir jetzt rein und holen noch was raus und das geben wir dann den Banken, damit die wieder Geld haben. Natürlich können wir kein Geld direkt rausnehmen, weil ja gar kein Geld drin ist, da sind ja 2 Billionen Minus drin, sondern wir müssen es uns vorher von den Banken ja leihen, die aber eigentlich gar kein Geld haben, sondern das Geld brauchen. Wie können die uns was leihen, wenn sie gar nichts haben? Eigentlich ist das nur eine Umschuldung der Steuerzahlern vom Staat ins Finanzsystem. Das ist eine Umleitung. Eigentlich sollten wir unsere Steuern direkt an die Deutsche Bank bezahlen, dann sollen sie das noch überhalten, was noch übrig bleibt, nachdem sie ihre Zinsen abgezogen haben und da können wir dann noch ein paar Prekärjobs mit in Gang halten. Das ist unsere Situation. Klingt hart, stimmt aber leider. Nicht politisch korrekt, aber Wahrheit. Meine Wahrheit. Kommen Sie zu anderen Gedanken, meine Wahrheit ist das. Nicht frustriert. Ich bin nicht frustriert, denn ich sehe eine unglaubliche Entwicklung auch ins Positive. Also was für mich wichtig ist, ist eben halt nur, dass diese Zusammenhänge verstanden werden. Und wenn Sie beispielsweise einen Bundesschatzbrief zeichnen, weil Sie meinen, das ist sicher, dann gehen Sie zur Bank und Sie verleihen, äh zur Bank, Sie gehen also zum Staat über die Bank, das ist eigentlich schon ganz witzig, und Sie geben jetzt quasi Geld dem Staat, 100.000 Euro, 10.000 Euro und der gibt Ihnen dafür 3% Zinsen. Jetzt sind Sie Gläubiger des Staates. Blöderweise sagt man Ihnen ja auch andersrum, Sie sind selbst der Staat, du bist Deutschland. Das sind dann so die ganz dummen Werbekampagnen. Das heißt also, du bist Deutschland, du bist der Staat. Wenn ich der Staat bin und der Staat der Schuldner ist, aber ich der Gläubiger bin, aber gleichzeitig Gläubiger bin, dann bin ich ja Gläubiger und Schuldner gleichzeitig. Denn nämlich, wo kriegt denn der Staat die Zinsen her, die ich für meine Bundesschatzbriefe haben möchte? Aus den Steuergeldern. Und wer zahlt die? Ich. Also, wenn ich jetzt ganz viel Bundesschatzbriefe kaufe, dann erhöht der Staat, also letztendlich die Steuern, damit ich mehr Steuern bezahle, damit ich dann meine Zinsen bezahlen kann. Merken Sie die Absurdität? Einen draufsetzen kann man es noch blöder, indem man noch eine Lebensversicherung mit einschließt, als Zwischenhändler. Da geht man also los und bezahlt im Prinzip sein Geld an der Lebensversicherung. Wir glauben ja, eine Lebensversicherung ist irgendwas mit Kapitaldeckung. Wir haben eine kapitalgedeckte Lebensversicherung. Das ist ja gar nicht wahr. Rico Albrecht ist ja nun unser Mann, der ja gerade Furore gemacht hat mit dieser Thematik und mit dem Aufsatz als Dozent. Gerade in Kanada hat er ja einen großen Vortrag gehalten. Da saß ich ja mit im Raum über das Thema Lebensversicherung. Lebensversicherung, wer so etwas abschließt, der schließt eigentlich einen Schuldvertrag ab. Ein Kreditvertrag. Von Kapitaldeckung kann da gar keine Rede sein. Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie einen Bundesschatzbrief kaufen, dann kriegen Sie ein Papier und Sie zahlen dafür Geld. Bei einer Lebensversicherung ist das genauso. Sie kriegen ein Papier, da heißt es dann Police. Mit dem Unterschied, dass Sie bei einem Kreditvertrag das Geld sofort bekommen und können dann untergehen. Bei einer Lebensversicherung ist es so, man sagt, du zahlst jetzt schon mal ein und du kriegst in 40 Jahren dann dein Geld ausgezahlt. Und so lange zahlst du diesen Kredit ab, den du jetzt hier aufgenommen hast. Das ist letztlich so. Jetzt kriege ich also eine Police in die Hand gedrückt und zahle monatlich oder mit Einmalzahlung im Prinzip das Ding quasi ab. Von Kapitaldeckung kann da keine Rede sein. Das ist eine Abzahlung eines Fremdkapitals, einer Schuld. Und das Spannende ist, dass das Geld, was ich dort einzahle, dass dieses Geld ja nicht bei der Lebensversicherung separiert wird als mein Kapital, sondern das fließt ja in deren Eigenkapital drin. Falls Sie pleite gehen, dann habe ich das unternehmerische Risiko, wie man so schön sagt. Kommt bei allen Lebensversicherungen, kann ich Ihnen so sagen. Die Lebensversicherung ist auch ein mathematischer Prozess. Die sind alle pleite. Es ist nur noch nicht zugegeben worden. Und solange es keiner zugibt und alle machen irgendwie weiter, macht man es halt. Aber sie sind pleite. Natürlich. Kann auch gar nicht anders. Weil sie sind dasselbe System. Sie kaufen nämlich Bundesschatzbriefe. Und wenn Sie jetzt Bundesschatzbriefe kaufen, Sie zahlen also monatlich Geld rein, dann zahlt die Lebensversicherung, kauft dafür Bundesschatzbriefe für Sie als Kapitalanleger. So, weil die sind ja sicher. Die Bundesschatzbriefe allerdings kriegen Ihre Zinsen aus Steuern. Also wieder von Ihnen als Lebensversicherungskunde. Nun sind Sie nicht direkt am Bundesschatzbrief. Das ist schon blöd, aber man kann noch einen draufsetzen, wenn man noch die Lebensversicherung zwischenhaut. Jetzt schließt sich der Kreis. Indem jetzt die Steuern direkt an die Lebensversicherung gehen, da wird dann nochmal ein kleiner Bearbeitungsteil von 70 Prozent abgezogen und dann geht dann eben halt der Restteil dann eben halt von meiner Steuern wieder zurück an den Lebensversicherungskunden. Ziemlich abstrus. Denken Sie mal drüber nach. Das sind ganz einfache Flüsse. Braucht man kein Abitur für. Geht ganz locker. Manchmal stört sogar eine Ausbildung dabei, eine zu hohe Ausbildung dabei, um diese Geldflüsse, diese normalen Standardgeldflüsse zu verstehen. Und wir reden von Kapitaldeckung. Und wenn dann beispielsweise Sie aus einem Vertrag rauskommen wollen, dann kommt dieser Begriff Rückkaufswert. Kennen Sie den Begriff Rückkaufswert? Haben Sie den mal überlegt, was das für ein Begriff ist? Das ist nichts anderes, wenn Sie einen Kreditvertrag haben und da gibt es einen Emittenten, der gibt Ihnen einen Bundesratsbrief oder eine Lebensversicherungspolizei als Schuld, die Sie monatlich abbezahlen. Das eine heißt Lebensversicherung, das andere heißt Kreditrat. Das ist beides dasselbe. Und jetzt wollen Sie vorzeitig aus dem Vertrag raus. Dann sagt die Versicherung, okay, wir sind bereit, diesen Schuldschein zurückzukaufen. Nicht Sie kaufen die Versicherung, die Versicherung kauft. Den Schuldschein zurück, natürlich mit einem kleinen Abschlag von 70 bis 80 Prozent. Das ist eine Größe, die man sich immer gut merken kann. Merken Sie, wohin da gerade was läuft? Meine Damen und Herren, ich muss sehen, wie ich hinkomme mit meiner Zeit. Mit meinen Ausführungen will ich deutlich machen, dass dieses System natürlich letztlich ganz klar einen mathematischen Punkt hat, wo es nicht mehr weitergehen muss. Nämlich dann, mathematisch, wenn alle Einkommen, die wir monatlich verdienen, nicht mehr ausreichen, um die Zinslast zu bedienen, dann ist das Kraten. Dann ist es Ende. Natürlich lässt man es nicht so weit kommen, sondern man macht vorher irgendwas Neues und man macht dann irgendwas kaputt. Wir haben ja gerade die 9-11-Tage wieder. Ich weiß nicht, es ist unvorstellbar. Ich habe das heute Morgen kurz gesehen, als ich den Fernseher da anmachte im Hotel und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, es ist, also wenn uns in 70 Jahren wirklich mal unsere Nachfahren fragen sollten, sag mal, und ihr wollt sagen, ihr habt wirklich nichts davon gewusst, dann muss ich verlegen, runtergucken und sagen, doch, ich war einer derjenigen, aber man hat mich auch sehr oft belächelt. Wir haben es alle gewusst. Wir wissen, dass das Ganze eine Lüge ist. Wir wissen, dass der Irak angegriffen wird, dort Soldaten verheizt werden und Menschen verheizt werden, weil man uns eine irakische Lüge aufgetischt hat. Wir wissen es alle. Aber es macht keiner was. Weil die Manipulationsmechanismen so unglaublich gewaltig sind, dass wenn wir dann NTV und ARD und öffentlich-rechtliche Sender, die sind ja noch ein bisschen seriös, ich frage mich warum, die öffentlichen rechtlichen Sender gehören dem Staat. Und der Staat muss gerade ein paar hundert Millionen für Banken finanzieren, die in Griechenland in ihrem Bahn Geld versenkt haben. Das heißt, der Staat befindet sich in einer Schuldenspirale bei den Banken. Warum sollen die ausgerechnet anders in ihrer propagandistischen Wirkung auftreten als private? Ist das wirklich noch der große Unterschied? Mir tun viele Journalisten sehr, sehr leid. Und das meine ich ganz ernst, weil es gibt sehr, sehr hervorragende investigative Journalisten. Aber wer es wirklich wagt, die Dinge beim Namen zu nennen, hat große Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Gesetz über den Lastenausgleich. Ich möchte nochmal ganz kurz erklären, wie man sowas regelt. Staatsbankrott. Ich komme gleich nachher nochmal drauf, wenn wir eine Zusammenfassung machen, der wird den größten Teil des Vortrags heute ausmachen. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht einige von Ihnen, Paragraf 15, Sparerschäden von 1949. Wenn die neue Währungsreform kommt, dann sind Geldwerte weg. Nous avons, vous avez, nous a weg. Und was haben wir da? Paragraf 15 von 1949. Ein Sparerschaden ist die Minderung des Nennenbetrages von Sparanlagen, die dadurch eingetreten ist, dass die Sparanlagen bei der Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich des Grundgesetzes einschließlich Berlin-West spannend, damals war das auch schon so, dass Berlin nicht zu Deutschland gehörte, im Verhältnis 10 zu 1 oder in einem ungünstigeren Verhältnis auf deutschem Markt umgestellt worden ist. Interessant. Es gab also mehrere Umrechnungsfaktoren. Das war das Problem, weil viele glauben, wenn Inflation kommt, also das heißt, wenn wir eine Währungsreform hätten, dann würden die Schulden gestrichen. Richtig. Aber nur beim Staat. Nicht bei den Privaten. Die werden aufgewertet. Auch das habe ich sehr oft genannt. Wenn also momentan Leute losgehen und sagen, ich mache jetzt noch mal schnell Schulden, kaufe mir noch mal schnell irgendwo ein Haus oder ein anderes Anlagegut und wenn dann die Währungsreform kommt, dann ist die Hütte immer noch da, aber die Schulden sind dann gestrichen. Irrtum. Die Schulden werden dann höher sein als vorher. Höher. Ganz klar. Bitte lassen Sie sich nicht auf halbseitende Aussagen ein, nach dem Motto, mach schnell Schulden und partizipiere von einer Währungsreform. Das ist unseriös. Ganz deutlich. Weil Sie sehen nämlich, hier sind Umrechnungskurse 10 zu 1 oder ungünstiger, weil Guthaben anders umgestellt wurden als Schulden. Und wenn die Schulden beispielsweise 1 zu 6 umgestellt werden und die Guthaben 1 zu 10, dann können Sie ganz klar sagen, wenn eine neue Währung da sind, dass die Schuld insgesamt sich erhöht hat. Und das ist das, was viele Leute nicht wirklich verstanden haben. In meinem Buch, der Währungscountdown, beschreibe ich diese ganzen Dinge sehr genau, gerade was die Lösungssituation anbelangt, wo ich versucht habe, die Grätsche hinzubekommen zwischen Wissenschaftler und Privatpersonen, die sich mit diesen Dingen einfach beschäftigen wollen. Die können eigentlich dieselbe Ansprache ab, wenn man nämlich die wissenschaftliche Nomenklatur, also das Fachchinesisch, rausnimmt. Kurz nochmal auf den Absatz 2, dieses Paragrafen 15 von 1949, Sparanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind. Also das sind alle Kapitalanlagen, die entwertet wurden im Rahmen der Währungsreform. Nur, dass Sie sich schon mal darauf einstellen, das könnte relativ kurzfristig wieder der Fall sein. Alle Spareinlagen, also Girokonten und so weiter, Postspareinlagen, Bausparguthaben. Eine der schlechtesten Kapitalanlagen, glaube ich, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass das wirklich eine schlechte Finanzierungsform und auch eine schlechte Kapitalanlageform ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Pfandbriefe, Rentenbriefe kommunal und andere Schuldverschreibungen. Schuldverschreibungen für zinsliche Schatzanweisungen des Reichs. Nochmal zur Erinnerung, das sind die Anlagen, wo man seine Zinsen selbst bezahlt in Form von Steuern. Auch schön, als Frau Merkel und Herr Steinbrück sich damals hinstellte und sagte, meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen sagen, Ihre Sparguthaben sind sicher. Da habe ich gedacht, jetzt beleidigt sie mich wirklich. Weil so blöd kann sie mich nicht einschätzen. Oder sie beide. Weil wenn ich der Staat bin und sie für mich spricht und sie sagt, wir garantieren Ihnen, also ich garantiere mir, dass meine Sparguthaben sicher sind, dann hätte sie den Satz einfach weglassen sollen. Das heißt, ich garantiere für meine eigenen Guthaben. Das Schlimme ist, dass diese Absurditäten so standardisiert sind, dass es keinen Aufschrei, keinen Massendemos gibt gegen solche 9-11-Dinge, die momentan laufen, Propagandageschichten, die sind einfach unglaublich. Und das ist schlimm für die Menschen, die das damals miterleben mussten. Was dort gelaufen ist, ein furchtbares Trauma. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Trauma erlebt. Aber die Ursachen, ich weiß nicht, wer es war, aber es gibt sehr viele Hinweise, die dafür sprechen, diesen Fall einmal angemessen zu untersuchen. Mehr sage ich gar nicht. Und wenn man das ablehnt, dann sage ich, dann hat einer Dreck am Stecken. Ganz einfach. Industrie und gleichartige Schuldverschreibungen sind natürlich auch entlastet worden. Denken wir an die, heute heißen die Dinge Genussscheine. Ja, Genussscheine klingt so toll, weil man da irgendeinen Genuss hat. Nein, es ist eine Schuldverschreibung und man ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, wie einem immer erklärt wird, dass man sagt, okay, also du hast jetzt einen Genussschein von der Firma XY, finanzierst die mit und dir gehört auch Düsseldorf 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 Die H HC